Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Das ist aber schön, dass ihr so staatlich aufgestanden seid, extra für mich, damit ich mit dem Segen heute in den Tag starten kann. Ja, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall ein frohes neues Jahr und Glück, Gesundheit. Das wünsche ich euch auch und wie gesagt, danke, dass ihr mich besuchen kommt, wie jedes Jahr und damit den Segen bringt und damit auch das Zeichen für das Land aussendet, dass das ganze Land Sachsen-Anhalt unter dem Schutz des Herrgotts in diesem Jahr weiterhin auch leben und arbeiten kann. Heute haben wir auch einen wichtigen Tag, heute haben wir mit der Bundeskanzlerin noch viele Verhandlungen zu führen, wie es weitergeht. Nun öffnet die Türen, die Tore macht weit. Es ist, wie ihr seht, wieder Sternsingerzeit. Wir singen die Lieder, wir tragen den Stern, wir bringen den Segen, das hat jeder gern. Für uns hat sich Gott ganz klein gemacht. Er wurde geboren als Kind in der Nacht. Er zeigt uns, dass Leben ganz klein beginnt und dass auch die Kleinen schon wichtig sind. So gehen wir Kinder auf ganz neuen Wegen und bringen euch allen den göttlichen Segen. Und den werden wir jetzt gleich auch schon an die Tür nehmen. Genau, den bringt ja an. Machen wir das hier hin. Ja. Dann ist es auch gleich trocken. Und dann macht ihr das da hin. Ja, schön gerade. So schön hier so in der Mitte. Dann ist die Tür mal richtig sauber hier. Sehr schön. Gut, habt ihr Dank, was da, ja? Ja. Denn ich werde das dann noch im Haus verteilen. Die, die wir sonst noch mal absammeln, was dieses Jahr nicht klappt. Wir machen gleich noch ein Foto. Genau. Dann, die kriegen alle von mir die Kontonummer und wie gesagt, meine Frau und ich wollen ja auch noch großzügig spenden und demzufolge ist es gut, dass ihr da wart und über diesen Weg das jetzt absammelt. Das mit der Büchse, klar, nicht aus hygienischen Gründen nicht, habe ich selber unterschrieben, dass man nicht so nah beieinander sein darf. Okay, dann sind die Erklärungen alle drauf. Sehr schön, das verteilen wir. Unsere Zettel, hier solche, hat schon welche, das ist sehr gut. Und hier wird überwiesen. Und noch 30 muss ich jetzt bei der Kanzlerin zuhören und mit ihr reden. Dann noch schönen Gruß an die Kanzlerin. Das mache ich, ja. Ich sah, die Stanzinger waren gerade da. Also, alles Gute und bis bald mal wieder. Ja. Das mache ich, ja.